Hey Leute, das ist ganz Hüam. Willkommen bei WTN-Unterhaltung. Selten war DHDL so emotional. Hundeprofi Martin Rütter ist in der Höhle, um die Gründer von ICHO zu unterstützen. Doch bei dem Pitch geht es nicht um Vierbeiner, sondern um die Krankheit Demenz. Ein Thema, das die Löwinnen Judith Williams und Dagmar Wörl aus persönlichen Gründen tief bewegt. Selten war die Höhle der Löwen so persönlich und emotional. In der siebten Folge der VOX-Show, auch bei RTL Plus, kommen die Gründer von ICHO mit prominenter Unterstützung in Form vom Hundeprofi Martin Rütter, 52, in die Höhle. Doch bei dem Pitch geht es nicht um Vierbeiner, die Erfinder haben eine Idee mitgebracht, die das Leben von Demenzpatienten verbessern soll. Ein Thema, das die Löwinnen. Vielen Dank für die Zuschauen, danke.